Im letzten Video haben wir über die Ionisierungsenergie geredet. Das ist die Energie, einen Elektron zu entfernen. Und da haben wir diesen allgemeinen Trend im Periodensystem entdeckt. Wenn du links unten bist bei Cetium, Cetium möchte gerne Elektronen wegbekommen. Das ist ja ein Riesenatom. Es hat ein Elektron in der sechsten Schale. Und möchte also unbedingt Elektronen wegbekommen. Also brauchst du nur wenig Energie, um es zu ionisieren. Das andere Extrem des Spektrums ist Helium. Brauchst du große Energie, um es zu ionisieren. Das ist ein kleines Atom. Es hat ja nur zwei Elektronen. Die Elektronen sind in der Nähe vom Kern. Die Coulomb-Kraften sind super stark. Also brauchst du eine riesengroße Energie, um es zu ionisieren. Bevor wir jetzt weitergehen, möchte ich noch mal eine Sache kurz erwähnen. Und zwar geht es da um die zweite Ionisierungsenergie. Die zweite Ionisierungsenergie. Und manchmal kommt es in der Prüfung dran, in manchen Tests wird es dann gefragt. Was steckt dahinter? Das ist die Idee. Die Ionisierungsenergie ist ja, du gehst von dem neutralen Atom weg und nimmst ein Elektron weg. Und die zweite Ionisierungsenergie ist die Energie, um das nächste Elektron wegzunehmen. Warum ist das eigentlich interessant? Also welche Atome haben eine hohe Ionisierungsenergie für das zweite Elektron? Am Anfang denkst du dir, naja gut, hohe Ionisierungsenergie heißt auch eine hohe zweite Ionisierungsenergie. Das stimmt beispielsweise für Neon. Neon hat also zum Beispiel eine hohe Ionisierungsenergie. Also brauchst du auch eine hohe Energie, um auch das zweite Elektron wegzunehmen. Also das ist ja dann wie Fluor. Da ist es also immer noch ziemlich schwierig, das wegzunehmen. Aber es gibt auch noch andere Elemente, nämlich die mit der hohen zweiten Elektronenenergie. Schauen wir mal auf die linke Seite. Wie sieht es da aus? Und nehmen wir beispielsweise Lithium. Wie schaut es denn hier aus? Lithium hat ja eine total niedrige Ionisierungsenergie. Es hat ja ein extra Elektron, das möchtest du ganz gerne wegnehmen. Wenn du das wegnimmst, dann ist es ja wie Helium. Also es ist leicht, das erste Elektron wegzunehmen. Aber das zweite Elektron wegzunehmen, ist dann super, super, super schwer. Und da musst du einfach aufpassen. Und manchmal kommen dann so Fragen, was gibt es für Elemente, wo der Unterschied sehr groß ist zwischen der ersten und der zweiten Ionisierungsenergie. Und es ist vor allem für diese erste Spalte da. Das ist einfach so. Das ist immer für die, die nur ein Elektron haben. Da ist es leicht, das wegzunehmen. Dann ist die Schale voll. Und dann das zweite Elektron wegzunehmen, ist sehr, sehr groß. Na, jetzt zeige ich es euch hier nochmal. Lithium, hier brauchst du sehr niedrige Energie, das erste wegzunehmen. Und dann ist es wie Helium, dann hüpft es hier nach oben und dann sieht es wie Helium aus und hat natürlich eine hohe Ionisierungsenergie für das zweite Elektron. Aber ich will euch da nicht zu sehr verwirren. Und eine andere Eigenschaft ist die Elektronegativität. Das ist das Konzept der Elektronegativität. Dieses Konzept kam von Linus Pauling. Das war ein sehr berühmter Chemiker. Und immer, wenn ich an ihn denken muss, muss ich ans Vitamin C denken. Er hat immer gesagt, ja, das ist sozusagen der Schlüssel zum ewigen Leben. Und aber, naja, vielleicht soll ich da besser nochmal nachlesen, bevor ich was Falsches über Linus Pauling erzähle. Jedenfalls, er hatte die Idee mit Elektronegativität. Und wir hatten ja schon mal drüber geredet, über kovalente Bindungen. Und da hatten wir ein paar Videos schon dazu gemacht. Ich wiederhole es hier nochmal. Also eine kovalene Bindung, was ist da die Idee dahinter? Die Idee ist ganz einfach, dass Atome, Elektronen teilen, beispielsweise Sauerstoff, sieht ja so aus. Ich kann es aber auch so zeichnen, Elektronen oben und unten, damit ich sehe, ich habe hier extra Elektronen, die sich binden wollen. Und nehmen wir mal an, wir nehmen jetzt Wasserstoff mit dazu. Wasserstoff hat ja ein freies Elektron. Und was passiert da? Und jetzt teilen also die Atome ihre Elektronen. Also dieser Sauerstoff hier hat diese vier Elektronen. Elektronen, die zeichne ich mal hier ein, in grün. Und diese zwei einzelnen hier außen. Und wie ist es mit dem Wasserstoff? Wasserstoff mache ich jetzt in orange. Und die sind also hier. Hier ist ein Wasserstoff und hier ist das andere Wasserstoffelektron. Und was passiert jetzt hier? Und dieser Wasserstoff kann jetzt so tun, als hätte es zwei Elektronen. Es teilt also diese Elektronen mit dem Sauerstoff. Und sagen also, okay, ich borg dir ein oranges Elektron, du borgst mir ein grünes. Und dann tun wir beide so, als wären wir perfekt. Ich fülle meine Essschale. Sauerstoff fühlt sich auch super. Hat nämlich auch seine Valenzelektronen aufgefüllt. Und fühlen sich beide großartig. Und das ist dann eine kovalente Bindung. Also in der kovalenten Bindung teilen die Atome Elektronen. Das kann man dann auch so hinzeichnen. Und zwar zeichnet man dann einfach eine Linie. Und diese Linie zeigt einfach, sagt dir einfach, es sind hier zwei Elektronen drin. Ich zeichne sie nochmal ein. Das sind die zwei Formen vom Sauerstoff. Und die zwei Orangen vom Wasserstoff. Und die teilen die einfach. Und die teilen sich. Teilen heißt einfach kovalente Bindung. Und da waren wir ein bisschen schnell. Und vielleicht sollen wir jetzt nochmal über Elektronegativität reden. Und die Idee von Linus Pauling war eben nun, dass das Teilen eben nicht völlig gleich ist. Und es wird also so sein, dass mache Atome die Elektronen mehr zu sich hinziehen. Und schauen wir uns nochmal Sauerstoff hier an. Also Sauerstoff versucht ja alle Elektronen zu bekommen. Es hat ja eine hohe Ionisierungsenergie. Es ist ja nur zwei Elektronen vom Neon entfernt. Und also versucht Sauerstoff immer zwei Elektronen einzufangen. Und umgekehrt ist es so, dass der Wasserstoff würde ganz gerne ein Elektron loswerden. Und dann ist ja nur noch ein Proton übrig. Und also was passiert dann? Also Sauerstoff will unbedingt Elektronen haben. Und in dieser Beziehung zwischen Wasserstoff und Sauerstoff, da ist es eben so, dass Sauerstoff elektronegativer ist. Ich will also die Elektronen unbedingt bei sich haben. Wenn ich das jetzt hier nochmal aufzeichne, dann würde es vielleicht so aussehen. Und ich versuche jetzt mal diese Bindung zu zeichnen. Das jetzt, ich mache es mal so, also ich mache es so als kleines Dreieck. Das Elektron ist sozusagen mehr beim Sauerstoff. Ich kann es auch nochmal so zeichnen. Und so als Verteilungswahrscheinlichkeit. Also die meiste Zeit ist es beim Sauerstoff. Und für das andere Elektron wird es dann mehr so aussehen. Also auch die meiste Zeit dann eben beim Sauerstoff. Die Idee der Elektronegativität ist, dass das Elektron mehr bei einem Atom als beim anderen ist. Was habe ich also für einen Trend von Elektronegativität im Periodensystem? Welche Elektronen harten also Elektronen? Also das sind die, die Elektronen haben wollen. Ist doch klar. Und beispielsweise ist das das Fluor und natürlich der Sauerstoff. Und die wollen natürlich ihre Schalen auffüllen und wollen damit wie Edelgase werden. Also alle elektronegativen Atome sind hier rechts oben. Aber auf der rechten Seite. Und die kleinen Atome wollen die noch mehr, weil dort die Coulomb-Kräfte einfach stärker sind. Und diese hier, da ist es dann wieder anders. Die bilden ja überhaupt keine kovalenten Bindungen. Die sind ja quasi mit sich selber völlig zufrieden. Die haben voll aufgefüllte Schalen. Und die wollen also quasi in Ruhe gelassen werden. Die gehen keine Bindungen ein. Die sind inert. Man, die reagieren überhaupt nicht chemisch. Die bilden keine kovalenten Bindungen. Diese hier. Wenn die kovalente Bindungen formen, dann horten sie die Elektronen. Die hier unten bilden auch kovalente Bindungen. Aber sie sagen, ah, sie sind ganz großzügig. Ja, du kannst die Elektronen haben. Ich brauche die überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich fühle mich sogar viel besser, wenn ich diese Elektronen nicht habe bei mir. Also der allgemeine Trend ist der gleiche wie für die Ionisierungsenergie. Diese Jungs hier oben brauchen also eine hohe Energie, um sie zu ionisieren, weil sie wollen ja Elektronen haben. Sie wollen Elektronen haben. Deswegen möchten sie nicht ionisiert werden. Die hier unten, denen kannst du die Elektronen sehr leicht wegnehmen. Und deswegen haben die eine niedrige Elektronegativität. Es ist also total unwahrscheinlich, dass die Elektronen bekommen. Und jetzt gibt es noch einen weiteren Trend. Und zwar sind es die metallischen Eigenschaften der Elemente. Und so gibt es einige Dinge, die, wie ich finde, ein Metall ausmachen. Beispielsweise, dass es Strom leitet, dass es glänzt, dass man es biegen kann, ohne dass es bricht. So stelle ich mir also eine metallische Natur vor. Und die Chemiker, die reden von Metalleigenschaften, wenn ein Atom einfach sehr gerne Elektronen wegnimmt. Wenn es dann sozusagen eine Art See, so ein Meer von Elektronen um sich außen herum hat. Und das ist letztendlich der gleiche Trend, wenn wir uns überlegen, welche Atome geben jetzt einfach die gerne ihre Elektronen weg. Das sind die hier links unten. Dort wird das Atom immer größer. Und also wird, ist die Anziehungskraft, die Coulomb-Kraft, wird immer schwächer, wenn ich da nach unten gehe. Und da hast du also ein oder zwei Elektronen übrig. Und die wollen die ganz gerne einfach loswerden, um dann einfach letztendlich eine voll aufgefüllte äußerste Schale zu haben. Also diese hier links unten haben also eine sehr, sehr starke Metalleigenschaften. Und die hier rechts oben, die haben eigentlich gar keine Metalleigenschaften. Überhaupt nicht. Sie sind nicht metallisch. Leiden auch keine. Und hier hast du also wieder diesen Trend von links unten nach rechts oben. Nochmal kurz, wenn du also nach unten gehst, Wenn du nach unten gehst, werden die Atome immer größer. Die Elektronen sind immer größer vom Kern entfernt. Und damit sind die Anziehungskräfte der Elektronen zum Kern auch immer schwächer. Und damit nimmt die Metalleigenschaft zu. Und gleichzeitig nimmt sie auch zu, wenn du nach links gehst. Und da hast du nämlich dann wenige Elektronen in der äußersten Schale. Und die wollen die ganz gerne loswerden. Und die hier rechts oben, aus dem gleichen Grund, wie die oben rechts Elektronen bekommen wollen, wollen die hier unten einfach loswerden. Also die Elektronegativität nimmt nach rechts oben zu und die Metalleigenschaften nach links unten. Ein weiterer Trend ist noch der Atomradius. Da gibt es mehrere Methoden, um das festzustellen. Und wir haben da noch nicht drüber geredet. Ein Atom, du weißt ja, dass ein Atom gar keinen festen Radius hat. Also müssen wir uns das jetzt wieder sehr vereinfachen. Wir können es uns beispielsweise wieder so vorstellen. Gut, also es ist zum Beispiel, wie ist ein Atomradius? Man könnte sagen, na gut, es ist einfach der Abstand zwischen zwei Atomen. Und zwar der Abstand, zum Beispiel von, der Abstand zwischen den zwei Kernen, das wäre gleich der Größe eines Atoms. Und wenn wir jetzt also nach unten gehen, ist klar, dass die Größe eines Atoms zunehmend. Du fügst ja immer mehr und mehr Schalen dazu. Die ist wie so eine Zwiebelschale und die werden dann immer größer. Je weiter du nach unten kommst, desto größer ist, das ist der Atomradius. Die Atome werden also immer größer, wenn du von oben nach unten gehst. Und was passiert also, wenn du von links nach rechts gehst? Da fügst du ja einfach Elektronen dazu. Du fügst ja aber alle auf der gleichen Schale dazu. Machen wir mal ein Beispiel hier. Du hast ja diese Schale und da hast du deine Elektronen drin. Wenn du dann von links nach rechts gehst, dann fügst du ja einfach Elektronen dieser Schale hinzu. Das ist mal wieder eine Vereinfachung. Wenn du also nach rechts gehst, dann hast du natürlich auch mehr Protonen drin. Hier hast du mehr positiv geladene Protonen. Was passiert dann? Diese Elektronen werden stärker angezogen. Die werden stärker nach innen gezogen. Wenn du also von links nach rechts gehst im Periodensystem, dann wird die Größe kleiner. Die wird abnehmen. Die Größe der Atome nimmt ab von links nach rechts. Also ist der allgemeine Trend. Ja, Moment. Was ist damit in der nächsten Schale? Wird es also immer noch weiter kleiner? Nein, da ist es nicht so, weil du hast ja eine neue Schale. Die neue Schale ist wieder weiter weg. Das ist weiter weg vom Kern. Da wird also das Atom wieder größer. Also wenn du nach unten gehst, wird das Atom größer. Wenn du nach rechts gehst, wird es wieder kleiner. Also geht die Elektronengröße von rechts unten nach links oben. Entschuldigung, die Atomgröße geht von rechts unten nach links oben. Und das ist also ein weiterer Trend. Innerhalb einer Gruppe, wenn du also von oben nach unten gehst, wird je höher die Zahl, desto größer ist das Atom. Weil du ja mehr Protonen hast, mehr Schalen hast. Ich hoffe, du fandest das mal interessant. In den nächsten Videos fangen wir dann endlich mit den chemischen Bindungen an.